Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft Ticket Lite. Heute wieder mit einer kleinen Truppe. Alle da außer Robert, unter anderem der liebe Mr. aus 2707. Oder auch Aesthetic nennen wir ihn. Oder auch ich wurde gehackt und hab noch meinen alten Account zurück. Red Yulak aka Amy. Hi. Delay. Malek ist auch dabei. Hallo. Der Sascha aus Gaming is Fun. Ich natürlich. Und der Stormblade. Hallo. Robert würde sicherlich irgendwo noch erscheinen. Weiß nicht, was habt ihr geiles vor heute? Ich baue. Keine Ahnung. Wie war es mit dem geheimen Plan? Mit wem hab ich denn gesprochen? Sascha und Storm glaube ich. Mit mir. Du musst ihn nur nochmal erwähnen. Wen wir, wo wir hin gehen. Ja stimmt, genau. Ich erinnere mich. Weiß natürlich keiner mehr. Nein, ich hab gerade ein anderes Problem. Achso. Ist der Server auf Backup stand? Nein. Bei mir nicht. Nö. Bei mir auch nicht. Der Renderportal ist weg. Achso. Ja, achso. Das sollte ich dir vielleicht noch erzählen. Letztes Mal. Nein, war ein Schuss. Soll ich dir vielleicht erzählen? Ne, ohne Spaß. Mein Enderportal ist weg. Ja, passiert dem Beste. Geh nochmal runter vom Server mit da drauf. Ja, vielleicht wird er nicht geladen. Keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Ich hätte... Das ist jetzt so ein Hotel für mich. Ich hab da extra eine Plattform für gebaut. Lies auch weg. Du hast doch nichts zu verbergen, das Zettel. Nein, ich hab nichts zu verbergen. Ich hab noch eine L4 Charging Bench über, wenn einer eine braucht. Nein, ich hab schnell ablenken. Nein, voll nicht. Nur weil ich am längsten auf dem Server letztes Mal war und ich wollte, dass wir ein Server auswählen, weil ich noch was zu erledigen hatte. Achso. So ist das, ja, ja, ich verstehe. Ach, ist der Dick. Aber noch nicht so viel. Das schau, ich würde dir doch niemals... Leck! Leck! So, besser. Ich hab noch keinen Waypoint mehr für das Portal. Was ist denn los? Da wurden vielleicht dein Account gehackt. Hier ist alles da, eigentlich. Waypoints sind immer mal weg. Gewöhn dich dran. Das sieht mir regelmäßig. Ja, so viel Müll überall. Das ist jetzt aber problematisch. Neues Haus, Amy? Das ist aber problematisch. Das ist aber problematisch. Achso. Ja, sorry. Ja, ich mach halt. Das ist natürlich doof. Vor allem der Endertank steht da. Genauso wie der Tank selbst und alles. Hm. Das ist jetzt doof. Da hast du vollkommen recht. Das ist Minecraft. Das ist nicht Minecraft. Das ist dein Kraft. Echt? Das reicht nicht. Fuck. Ich check das gerade nicht. Wie kann das immer noch nicht an Strom reichen? Achso. Weil die immer noch voll sind. Weil die immer noch voll sind. Kreizkackdinger. Ey. Das fand ich auch gerade gedacht. Oh. Ey, jetzt nicht gut. Das ist hier. Brauch ich nicht. Miau, miau. Alle miauen. Alles klar. Stop. Das hat man gehört. Was war das denn? Ich glaub Storm ist auch klar. Ich glaub Storm wurde irgendwie überrascht. Von der Hexe oder sowas. Ich glaub der Besuch ist schon ein Tag vorher gekommen. War schon mal da. Ja. Nude dich doch wenigstens du Kasper. Wenn du jetzt irgendwie mit Melissa quatschen gehst. Ah schön. Entverwirrt. Das sind wir alle. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaub ich kurz noch mal in eine Folge von mir reingucken. Um sicherzustellen, dass da das Portal steht. Das ist jetzt der beste Moment. Oder du wartest einfach. Bis die Folge von mir ist. Ich bin eine Katze. Ich muss die ganze Zeit behauen. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich freut mich bis zum nächsten Mal, fröhliche Weihnachten. Stimmt, so wolltest du diese Session was machen, der Aesthetic? Oh Sascha, erst mal nimm's nicht vorweg und zweitens ist es nächste Folge. Ja, diese Session hab ich gesagt nicht. Ja, aber du hast es jetzt nicht, ich wollt's so machen. Weil ihr alle Spaßtestes das natürlich nicht mal, nicht geguckt habt. Ja, nächste Folge ist Weihnachten. Ah nein, ich hab keine Geschenke. Nein, nächste Folge ist ein Tag vor Weihnachten. Achso, was war das gerade? Also übernächste wäre nach Weihnachten. Ich hab gar keine Geschenke, verdammt. Toll. Hab ich was verpasst? Okay, ich wollte eigentlich alle... Ist Melissa da? Wir haben eigentlich eine gewisse Frau bei dir gehört. War das Melissa? War das Melissa? Das macht's nur schlimmer. Mein Bruder war das. Was? Das war ohne Frau. Mein Bruder hat halt ne Lache wie ne Frau, wenn er laut lacht. What the fuck? Okay, ich krieg also mehr Strom als das Ding verbraucht, alles klar. Aufhass mal im Mikro. Alles gut. Läuft jetzt so ziemlich hoffentlich vielleicht, eventuell. Sei ich mir nicht so sicher. Doch. Kompress doch! Oh, das ist auch gut. Das ist presto. Wie funktioniert der Kompressor? Aber wahrscheinlich auch nur solange ich das hier nicht benutze. Wie schon funktioniert, denke ich dann besser, wenn ich den denkst. Ich weiß nicht. Trotzdem. Nuklear. Trotzdem. Nukular heißt das. Geile Sache. Also Strom ist am Start. Guckst du denn? Strom ist am Start. Acht. Achso. Acht. Oha. Acht. Endlich mal Strom. Was ist denn da los, ey? Hm. Ich brauche... Ja, die brauche ich. Ist richtig. Ui, voll das tolle Zeugn. Hm. Muss ich damit anfangen? Ich fang damit an, oder? Regen ist so viel cool. So. Jetzt muss ich kurz gucken, wie man das Ding baut. Oh. Eine. Ah, alter. Ah, nee, dafür brauche ich Klaus-Torn. Was soll denn die Scheiße? Kupfer. Oh, Sechsen. Hier noch. Oh Gott. Wasser zu holen wird jetzt nicht das größte Problem sein. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das heißt, ich brauche... Oh, hier Kupfer. Holverleihung. Oh, wer zu mir. Jetzt da. Komm her, du Kack-Fisch! Na, gleich. Dafür brauchen wir natürlich Strom. Und um den Strom zu produzieren... Ich würde ja pro... Ding, keiner davon reichen. Ich weiß, die sind arschteuer, aber... Wir haben's ja. 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 Drei... Drei... Sechs. Ja, warte mal. Was brauche ich davon? Nice. Oh, ich brauche richtig arschviele, glaube ich, für die Dinger. Ah, da krieg ich vier Stück. Ah. Drei... Sechs... Zwölf... Achtzehn. Acht! Acht! Das ist ja nicht wohl, ich wollte vier Stück haben, ne? Heißt, dann brauche ich halt vier... Ne, 22. Bei ihm ist das praktisch. Aber da muss noch einer dran. Oder ich mach das... Müsst'n noch... Ach, scheiße. Das kann man später machen. Machen wir erst mal 18. Ey. Ey. Guck mal. Oh. Ja. Das hab ich mir schon fast gedacht. Der... Der geht gut ab hier, der Junge. Der, der... Der hat's kaputt gemacht. Der geht gut ab. Der geht ab. Der geht auch ab. Der ab. Ich zähl ihn... Oh. Ich zähl ihn... Wie bei der Sache hier, Leute. Das weg. Wie bei der Sache. Das weg. Ich bin grad nur am Sortieren, das ist irgendwie öde. Ne, ne, ist dick. Ich glaub, ich brauch nur ne Redstone-Engine, sonst wird das hier nix. Weit, ich hab zwar genug Diamanten für immer, aber... Wenn Diamanten herrscht bei mir aktuell überhaupt keine Not. Was, 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 was du da? Versteh ich auch nicht, wie du da Not am Mann haben konntest. So viel braucht man von... Ich hab noch ne ganze Menge Kupfer hier. Heilige Scheiße. Ich glaub, das ist unten. Das ist aber nicht so gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Was ist nicht so gut? Hast du was kaputt gemacht? Ne, ich hab mein, äh... Naja... Ich hab was vergessen. Jo. Ne. Wollt man so recht hoch? Oh. Nein. Ich geh mal gucken. Ich sieh! Nein, doch. Oh. Schlafen wir... Wo denn? Äh, wahrscheinlich da. Weißt du nicht? Versteh ich. Habe ich noch die Redstone vorgegeben? Nein. Stimmt, du hast recht. Fuck. Okay. Das ist jetzt schlecht. Meine Antwort funktioniert immer. Jo. Wollt ich gucken, ob ich dir da hinlegge. Wir verschwenden keine Ressourcen. Irgendwie bin ich nicht mehr so... ...liegen mit meinem Baupro jetzt. Ich auch nicht und deswegen mache ich ein neues und das preise ich grad meine Mauer ab. Ja. Ich hab auch meine Mauer abgerissen, die ich gebaut hatte. Ich hab auch meine fliegende Mauer abgerissen, die ich gebaut hatte. Ah, nice wie gut. Die Query läuft, Leute! Sehr gut. Leute! Leute! Die läuft! Die läuft richtig! Wo? Wo ist... Die Endertank-Symbole in beiden Dimensionen identisch oder entgegengesetzt seien? Ah... Weiß ich nicht mehr. Halt! Sehr gut. Ach, ich bin noch... Bumm-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh. Ich muss ausgerechnet, dass du jetzt die Sonne unterging. Die Sonne kannst du nicht einfach schieben und die Sonne wieder schieben. Kann ich das? Habe ich aber auch Aber eh eh Nur wir sind EW7-Spielst Wenn du zuschaust Ich schau Ja die ganze Zeit Wie gesagt auf dem Riesen-Fernseher von meinem Kommen Also Leute, es geht um ein Stream von vor 2 Monaten Habt ihr den einfach nicht gesehen? Was Sascha ich dachte du wolltest anfangen dein Haus zu bauen Ja ich will jetzt erstmal gucken warum Aber wenn wir schon dabei sind Was macht ihr eigentlich zu Neujahr? Also hier zu Silvester Ja ist ja quasi ähm Ist ja bald Naja zerstöße also deine Kombination Weißt du uns jetzt oder die Zuschauer? Ne euch Oh ich bin die Zuschauer Hast du 13 Diamanten? Ja das ist richtig aber Denkst du selber ne? Hä? Leider ist ein Schaffen vor dem Haus in der poly counten Was? Oh ich weiss ich hab ich nicht wer Ah ok Die Lads Sama hat immer meine Töne geklaut von euch Sosha Ich habe sie nicht geklaut Aber falls du eine brauchst Kannst du meine Wagen Vielen Dank Wo kann ich noch neu zu programmieren Wui wui Wo kann ich noch neu zu programmieren? Wo kann ich noch neu zu programmieren? Ja das ist Programmieren Wow So Und um auf deine Frage zurückzukommen Alex ich hab noch keinen Plan für Silvester gut ich nämlich ich habe ich habe nur einen plan das werden ich werde auf null das mache ich jedes jahr platze ja warum funktioniert das denn nicht wie stelle ich denn noch mal mein das kannst du umstellen muss aber auch das wird spiel da musst du halt aber auch fliegen dabei funktionieren der du fliegst muss du musst fliegen und gleichzeitig drücken drückt halten nein einmal kurz drückt beim fliegen also quasi leertaste gedrückt halten plus b was macht er dann hast du den hover modus den hover modus den hover modus ich würde auf der stelle bleiben nee das ist einfach nur dass du es ist ein hover modus mein gott eben damit haben wir nicht falle christian fall damit ist richtig jetzt geht's sehr gut das cool muss ein lavasee für die pumpe wirklich nach unten tief sein oder muss das ein ding reingehen das passt schon mal vielleicht mich am meisten aufhört an dieser alten minecraft version dass du noch nicht wenn nun ein stack oder so nimmst in einem crafting feld nicht einfach so dragen kannst ja das ist so schlimm ich mache das dann immer dass ich mir halt das rezept aussuchen das dann halt mit shift links klick mach ob das fragezeichen das geht einfach ja das geht muss halt alle materialien dafür haben das ist ja geil ja was gelernt ich wusste also krass immer wieder gerne ich brauche jetzt 12 milliarden pistons kurze frage brennen pistons ich versuche sie anzuzünden ja werden die aus werden die durch lava daneben entzündet glaube nicht weiß ich nicht keine ahnung ich bin ja drauf ich muss das ja ganz anders machen ha ha ich brauche in dem ist die kipp ist das fragen wir unsere ausländer auch ihren tag ich bin zu blöd für technik was willst du wissen ne ne sascha der informatiker bei mir wird keine lava getechnik ach so war eine getechnik versuch das mal mit dem sascha ich versuch das mal mit dem sascha mit dem was hab ich gesagt öffne dich öffne dich öffne dich oh der lag alter der lag war aber echt hart ich geh von der truhe weg 15 kunden später geht sie zu ok war nicht der lag geh weg von der truhe geht immer noch nicht zu ja dann können wir schon mal ja ups ok das ist falsch aber wie kann ich sagen oh ach was mache ich denn das weiß keiner korrekt ok keine ahnung wie viele bestens ich brauche aber ich habe jetzt mal 21 stück was willst du denn bauen ähm ich will ne dekontaminierungskammer für mein nederportal bauen dekontaminierungskammer ehh tebisleit shit ja das ist doch logisch oder nicht sicherlich ne das ist auch falsch ne wie funktioniert wie rum geht das denn nochmal das kann ich nicht sagen das kann ich nicht sagen könnten wir das ja sagen ich guck gerade welche richtung der rancher funktioniert wie die seite aussieht ging der nach oben nein wie ist es das so haben wir auch heute leute schreiben die geschichte heute leute im gebäude ich hab sie geschlagen achso krass schon wieder alle aber wenn wir uns so genau nicht so gut ich bin dabei es wird prägen die 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 aber warum ranz du denn m das ist das mein darüber kommen wir sind die schweizig auch alle gelacht ja auch wenn wir uns kurz Katze! Hallo Katze! Da ist es. Hallo Katze! So. Gehen wir wieder dahin, dann machen wir wieder... Was denn Katze? Den Katze und den... So, jetzt sind wir wieder da. Oh Gott, brauchen wir viele! Oh! Oh! Vromasch! Oh ja, Vromasch! 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 Ja! Oh! Das leuchtet! Oh, das leuchtet immer noch, verdammt! Das leuchtet! Woll aber nicht leuchten! Achso, das ist Warpal, dass ich einen Kopf bekomme. Oh! Sonic! Ja! Komm mal her! Komm mal her, ja! Nee! Ich brauch deinen Kopf mal eben! Ich brauch! Willst du dir einen Skin von mir holen? Nein, dein Kopf! Ja, genau! Deswegen sag ich ja, komm mal her! Doch, alles gut! Das war doch nur Spaß mit dem Kopf! Aber komm mal her! Nee, grad nicht! Absolut nicht! Trast! Very trastversy! Very astversy! Kann man doch drehen! Dafür brauch ich aber den Sledgehammer, glaub ich, um das zu drehen! So, ich dachte, sie hat noch den Kopf abhaken! Nee! Nein! Aber das können wir später machen! Das ist ... Oh, man kann hier eine Power-Armor bauen! Ja! Oh nein! Viel Spaß damit! Hm, 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 hm! Gott, brav! Ich hab' schon mal gehabt, die Power-Armor! Die war mega krass! Hm, viel Spaß damit! Ich kenn' die Power-Armor! 11, 12, 14, 16! Ja, viel Spaß damit! 16! Stock! Funktioniert ja wirklich so. Ja, okay. Und jetzt... Leicht zu bauen ist es auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall machen an deiner Stelle. Furcht viele Diamanten für... Oh Gott, keine Stackplätze. Oh, Spinnreiter, hallo. Sir. Hallo. Hallo Dark Master. Bin ich hier ein Spawnpunkt oder was? Ah, du bist behindert. So, das kommt da rein. So. Dann brauchen wir jetzt noch einen Ort dafür. Wo machen wir das denn hin? Wo kann ich das denn aus sicherer Entfernung beobachten? Ja, total Ort. Ah, ich baue zwei Diamanten an. Ich weiß nicht, wie viel springen. Für die Powerarmor? Ne, ne, ne. Oh, wenn die Gucken und Laufen ist nicht so gut. Bauen wir das... Ich bin ein Jungebaum, wieso hab ich den Laufen ist voll gut und so. Ja, weißt du, wer noch gut ist? Deine Mutter im Bett. Oh! Was ist ein Nachmacher? Was ist ein Nachmacher? Das sind immer meine Sprüche! Ach, das ist meine. Bei mir ist aber die Wache. Ich müsste weg und so eher hätte ich wieder Sonne immer. Der Baum. Sonic, Sascha, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ihr irgendwann so eine ziemlich flache Ebene seht. Oh nein, das ist das. Braucht nämlich Erde. Oh mein Gott! Sehr flache Ebene! Oh nein! Es muss bergig werden! Ich spreng da dann einfach wieder Berge rein, dann passt es schon. Tele-Man. Ja, wohl eher. Wenn man uns umdreht, sind es Berge. Ich brauch bloß Gold. Ich stell mir jetzt Diamanten her. Eine Stunde Geografie mit Sonic. Wenn man die umdreht, sind das Berge. Rechts sind Diamanten. Wer schreibt mir denn hier die ganze Zeit Twitch? Jetzt moin. Entschuldigung. Woll. Leckerl. So. Entschuldigung, ich hab grad einen Ancient Bomb gefüllt. Die 17. Gebissen ist. Hallo. Jetzt bruch ich. Geht's wieder? Nee. Geht bloß so... Also bei mir platzierte... Löcke. Scheiße. Plutonium. Okay, ich brauch noch eine Arzt. Also echt, ich muss sagen, mit diesem Minium-Stein kommst du easy an alles ran ran, was du herstellen. Ja. Aber schön. Danke, Sascha. Nee, ich war Sonic, der das verraten hat. Ja. Du warst mit dem Minium-Stein. Ja. Das hast du mir nicht verraten. Das hab ich in der letzten Aufnahme rausgefunden. Dann hast du halt nicht zugehört. Ja. Das ist richtig. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Wenn ich mit dem Minium-Stein in der Hand hab, wenn du irgendwo mein Ziel... Weiß ich nicht. Das willst du mir jetzt noch nicht sagen. Ich bin nicht rechtsgekrutten. Ich bin ja rechtsgekrutten. Ich brauch noch ne Axt. So. So ne Clevere. was ist denn geil? ich bin scheiß immer noch im weg was du scheißt am weg? ich scheiß immer noch im weg jessus alter wutdafuck einmal so einen ancient baum fällen reicht allerdings auch forever oh du wirst immer noch weiter in der automatischen diamantenproduktion das ist richtig du verkaufst mir einen diamanten gegen nukleare energie oder waffen oder sowas ENERGY so liebe leute leute das wars dann aber für diese folge auf rei Tschau Tschaud Ciao ner habe ich nicht mehr drauf